hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge warfunder ja nachdem in der letzten folge ja die feinde die shokaku versenkt hatten werden wir einen gegen angriff starten mit den japanern und zwar auf die lexington ebenfalls einen flugzeugträger der wie man hier auch auf dem bild sieht von zerstören und kreuzern verteidigt wird und ja schauen wir uns das jetzt mal an in dem film ach nee gibt es ja kein der hier der hat die ganze schlacht beschrieben also ja wird diese mission hier ja das ergebnis dazu sein so dass hier wissen wir ja 1500 600 quatsch forschungspunkte folge mit deiner staffel aus vier a6 m2 zeroes dem angriffsverband und gibt beim angriff gegen die us flotte jagdschutz amerikanische streitkräfte zwei flugzeugträger mit einigen kreuzern und zerstörern ja wie ich gesagt hatte japanische streitkräfte kommandant der angriffstruppe leutnants weiß ich nicht was das für ein kürzel ist takashi takahashi kakui ne kakuichi ja das ist wieder mal ein typischer japanischer name angriff gruppe neun mal ok neun jäger haben wir das ist gut 20 bomber sturzkampfbombe und 19 torpedobomber ja das ist ganz gut des schukaku luftgeschwaders neun ach so und das ist von dem anderen flugzeugträger neun mal auch jäger 22 sturzkampfbombe und 20 ja torpedobombe von diesem suikaku luftgeschwader starten wir japanische trägerflotte vor dem angriff auf amerikanische träger oder ziele ich bin mir gerade nicht sicher was da stand ja unser flugzeugträger wo wir natürlich von starten so okay ah da ist der träger schukaku ok und der andere träger das waren noch zwei oder ja da hinten ist der andere die suikaku höchst interessant auf jeden fall da hinten starten die letzten ja perfekt ich habe ein bisschen viel sprit mitgenommen glaube ich keine ahnung warum das so vorgegeben ist in der mission aber ja ist nun mal so 8er mei 1942 etwa 30 kilometer vor dem ziel machen sie wachsam ja schauen wir uns mal um nein fliegen wir in der ansicht verteidige die gruppe torpedobombe da hinten kommen die träger irgendwo ok sind noch zu weit weg sieht man nicht ja da müssen ja die jäger auch von vorne irgendwo kommen ich weiß nicht ob die vielleicht höher sind als wir oder tiefer ich sehe jedenfalls noch nichts doch da ist was aufgetaucht versuche ich mal ein bisschen an höhe zu gewinnen ok f4f ja die kriegt man doch leicht kaputt ok den wollte ich gar nicht abschießen aber gut ich habe auf den anderen eigentlich gezielt aber passiert auch mal ne was machen die denn jetzt für ein angriff oh mein gott ich sehe kaum was jawohl pilot ausgeschaltet und bei dem auch naja ok ich glaube nicht dass das der pilot für aber egal ja alle sind ohne beschädigung noch am start also das lief doch zumindest sieht es nicht so aus als ob einer von unseren jungs abgeschossen wurde auch einer nee von den leuten ist auch noch keiner tot oder ist aber noch einer und bombe spd oh oh Okay, die Schüsse fliegen so richtig langsam. Jawohl, Pilot ausgeschaltet. Aber so wie es aussieht, haben wir immer noch keinen verloren. Das finde ich gut. Wird aber nicht mehr lang dauern, wenn das so weitergeht. Ne, noch haben wir immer noch keinen verloren. Ja, jawohl. Ach du Scheiße, da kommen ja noch mehr. Was mich aber wundert, warum die Bomber vorschicken. Das macht doch keinen Sinn eigentlich. Aber gut, ich hinterfrag das mal nicht, ne? Na, die hängen eh etwas hinterher. Hä? Der eine wird auf jeden Fall nicht mehr weit kommen. Der Propeller ist hin. Die andere muss ich schnell erreichen. Aber das sind noch so viele. Ne, sie haben es geschafft. Ja, sie sind dabei. Greifen sie die feindlichen Jäger an. Alles klar. Unsere Leute sind im Sturzflug. Ach, das müssten wir aber hinkriegen. Es ist auch noch keiner von unseren Piloten in der Staffel tot. Ich finde es schade, dass man sie aber nicht beirufen kann. Dass man irgendwie Hilfe braucht. Ich greife den hintersten an. Habe ich am wenigsten Probleme mit. Und das finde ich auch gut. Die sind halt so klein, die Flugzeuge. Ein Grund mehr. Ja, die sind zerträge. Erstmal muss man sie vernünftig treffen. Ey, als ob das so schwer ist. Ja, als ob. Das waren doch gute Treffer. Jawohl. Ah, anscheinend hat es gereicht. Ja, die bombardieren jetzt die Lexington. Dann war es das auch. Oh, da kommen vier Torpedos, die auf jeden Fall die Safe treffen. Ja, das Ding müsste untergehen. Es waren vier Volltreffer. Hm. Sehr schön. Mission erfolgreich. Das finde ich gut. Ja, toll. Ich werde eh nicht mehr landen können. Das finde ich so dumm. Sekundär-Missions-Ziel. Ah. War ich gerade da? War ich gerade da? Anstarken, als ich vorbeisauste. Lieutenant Commander Shigekazu Shimasaki. Hi, G.M. Suikaku. Hm. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, die Mission fand ich doch relativ gut. Damit bin ich knapp an dem Flugzeug dran. Ach so. Die Schlacht im Korallenmeer wurde der erste ernsthafte Test für die japanische Flugzeugträgerflotte, der japanische Flugzeugträger auf amerikanische trafen. Die Japaner verbuchten zweifellos diese Schlacht als einen Sieg. Sie nahmen an, dass zwei Flugzeugträger des Feindes zerstört wurden. Doch nach dem Angriff verfügten ihre Streitkräfte über zu wenig Flugzeuge, sodass sie die Landung auf Port Morsby für unbestimmte Zeit verschieben mussten. Allerdings gelang es den Japanern, die Insel Tulagi einzunehmen, was ihre Position auf den Salomonen stärkte. Das, äh, ja, ist mir gerade aufgefallen. Man hat nur Schwarzbild, das habe ich gerade, äh, nicht ganz verstanden. Egal. Äh, hiermit werde ich auf jeden Fall ein anderes Mal weitermachen. Werde ich mir merken, dass das nämlich hiervon, äh, ist. Und, ja, gut, müssen wir dann halt, ja, das lief ja jetzt, äh, premiumhaft, muss ich sagen. Kein Video, richtig dumm. Naja, gut. An dieser Stelle würde ich dann sagen, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.